Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht es das letzte Kapitel X-Faktor, das Fassbare. Ja, vor einem Jahr, was war mit mir vor einem Jahr? Vor einem Jahr saß ich immer noch hier an derselben Stelle. War ein Jahr jünger, jetzt merke ich es langsam im Rücken, meine Zähne fallen mir langsam aus. Und habe mich schon im Altenheim Platz gesucht. Werde nicht mehr lange, ja, hier Videos machen, sondern im Altenheim, weil es wird langsam mit mir, ne, ich gehe jetzt auf meine 30 zu. So, Ränder habe ich auch schon beantragt, ne, wird vorbei, ne, vorbei. Kann nicht mehr, Mann. Wahrheit und Fassbares liegen oft dicht beieinander. Halt, stopp. Vernichtung schnell einleiten. Fuck. Oh, tut so weh, Mann, kannst doch nicht auf jemanden schießen. West in Seas. Und jetzt bin ich dran. Nein, das war nicht. Niemand will sie in meiner Sendung sehen. Wir stellen uns unsere Welt immer so normal und logisch vor. Aber Alcri, Passer, Punch, ich finde von ihnen die Serie auch richtig geil, wirklich sehr geil. Das einzige Logische ist, dass dies meine Sendung ist. Also, wer ist das? Das ist meine. Oh, es war ja Kürbisnachten. Einen Moment, bitte. Höhlen er jetzt den Sauerstoff raus, oder was? So, genug Schabernagel. Also, ich, ich, ne, also, ich würde da echt aufpassen, weil ich kenne da so eine Folge, da verliert man scheinbar das Gehör und man kriegt das Gehör wieder, ne? Ganz gefährlich, ganz, ganz gefährlich. Trashfaktor, das Unschaubare, das Unschaubare, präsentiert von Jonathan Jakes. Ein einfaches Spiel. Achtung, ich lege los. Ne, das kann ich nicht. Hören Sie genau hin. Ja, gut mischen. Gut mischen. Haben Sie aufgepasst? Ja. Sie, ich passt? Ist gar nicht mehr dabei. Ist untermärmend. Würden Sie darauf wetten? Nein. Der Magie. Ist das Magie? Schön. Halten Sie auch an alten Dingen fest? Ne. Ich sage schon. Wie dieses Bild zeigt. Wir dachten in diesem Sommer, dass in diesem Sommer ausnahmsweise auch mal Sommer ist. Keine Ahnung. Das kann, das frage ich mich auch seit fünf Jahren, ob im Winter auch mal, ausnahmsweise mal wirklich Winter ist, ne? Gefühlt, weiß ich nicht. Können Schwimmbeter wieder aufmachen, ne? Also, wo ist Winter, ne? Ich weiß noch nicht mal, wie Schnee aussieht. Ne? Ich gucke mir schon Bilder an und denke mir so, das war mal Schnee. Krass. Das war mal Schnee. Ne? Also, ja. Winterjacke braucht man immer, ne? Man braucht jetzt einfach nur noch eine Sommer 2.0 Jacke, können Sie das ja nennen. Meine Freundin. Hi. Ich habe deinen Kuchen gekauft. Seine Warnungen tat ich als Schauergeschichten ab. Ich werde versuchen, deinen Kuchen zu verkaufen. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht mein Kuchen. Was will uns diese fassbare Geschichte sagen? Der Traum vom eigenen Kuchen wird für eine junge Frau zum Albtraum. Waren ihre Apfelkuchen vielleicht keine Kuchen, sondern Toten? No. Hören Sie schon mal nachts im Wald bescheißen? Oder kriegen Sie meist die Feige Weißwurst? Das ist schnenschlich. Jeden Tag. Die meisten haben das schnitz in unserer DNS. Das ist ein DS. Und das Geile ist, mein Nachbar denkt immer, das wäre sein Sohn oder so. Ein vierjähriger Bubeler. Ne, ich hör das dann irgendwann ab, ne, was hast du denn wieder gemacht, du kannst ja nicht meinen Garten scheißen und ich denk mir so, hä, das war ich, ne. Deutschen Wälder, Deutsch. Hab ich jetzt übrigens mein Meerschweinchen auch angedroht, ne, wenn die hier nochmal in meine Ecke scheißen, scheiß ich den ins Käfisch, ne. Mal gucken, wer dann gewinnt. Was war das eben grad? Blut. Als Jan und ich geheiratet haben, ging es uns gut. Ne, dann ist es vorbei, dann ist es vorbei, dann ist es vorbei. Dann ist es so, leben vorbei. Dann ist es krank, dann arbeitslos, dann arbeitskrank, dann kranklos, dann arbeitslos, dann arbeitssoos. Sing ich nochmal dein liebstes Lied. Oh, Anna-Toll, du geile Sau. Anna-Loll. Du bist hängig, witzig und schlau. Wenn ihr wollt, dass ich euch wiesde, dann schreibt mir in den Chat oder ruft mich gerne an, die Nummer ist eingeblendet. Oh, da ist jemand. Hey. Guck mal hier, hier ist ein Code eingeblendet. Wo kann man den eingeben? Auf YouPorn kriegt man dann einen Premium-Account für die nächsten 30 Jahre? Habe ich eh schon, aber... Ich würde jetzt mal überlegen, wo man den Code eingeben kann. Ist ja ein ganz geheimer Code. Weißt du was? Fick dich, komm nie wieder, ich banne dich. Ey, der Typ, der kotzt mich so an. Uhrensohn. Kommen wir zu Geschichten unserer Auflösung. Ich werde versuchen, deinen Kuchen zu verkaufen. Wenn Sie an die Geschichte geglaubt haben, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich glaube ja gar nix mehr. Ich will Sie nicht enttäuschen, also sag mich einfach, dass diese Geschichte wahr ist. Warte, Schiff, komm! Hör! Seit jeher sind die deutschen Wälder deutsch. Alles nur Hokuspokus. Ach das ist... Oh! Wem gehört denn das? Den Russen? Den Amis oder was? Weißt du was? Das ist mein Ball. Fick dich, komm nie wieder, ich banne dich. Die Geschichte ist wahr. Diese Geschichte berichteten zwei US-Soldaten, die sich in den 90er Jahren richtig krasses Zeug reingedockt haben. Konnten Sie zwischen Lüge und einem Bluff unterscheiden? In Fassenfax. Skarex. Ich kann doch nicht mal zwischen Kohle und Wasser unterscheiden, ne? Also wie soll ich denn da zwischen Lüge und... Wahrheit unterscheiden? Ich kann doch nicht mal meine Unterhose unterscheiden. Ich kann doch nicht mal Pflanzen unterscheiden, ja? Also allgemein meine Pflanzenkunde ist... Ja. Mein Opa war lange Zeit weg. Alles klar, ja der wird auch nicht mal wiederkommen. Der ist... Unter der Erde. Ne, der hat ein bisschen abgenommen. Der wird erstmal die Kur weitermachen. Der wird erstmal nicht wiederkommen. Ja, also wie schon gesagt, ich kann doch nicht mehr Pflanzen unterscheiden. In Traces gibt es Sonnenblumen, Tulpen, Hosen. Ne, das war schon fast, ne? Ist aber alles irgendwie... Hat alles irgendwas mit Pflanzen zu tun, ne? Ist halt so. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder ein sehr cooles Video von SchockTV. Guckt unbedingt die anderen Videos von ihnen an. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss. Und guckt unbedingt das Originalvideo an, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Wenn, dann könnt ihr mich gerne totschlagen. Außer rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.